Ich fand Berlin immer spannend. Da passiert so viel, dachte ich. Man erlebt dauernd was Neues. Ich wollte einfach ein urbanes Lebensgefühl. Aber eben auch ein Zuhause. Und was soll ich sagen? Ich habe beides nie gefunden. Warum ich hier studiere? Weil ich Wert auf Bildung lege. Weil mich Orte mit Geschichte und Flair reizen. Ich habe mich hier vein. Wir sehen uns ja immer wieder. Ich habe auch immer wieder. Ich habe mir viel, sehr, sehr, sehr viel hier. Ich habe mich hier. Ich habe mich hier live-fürchtee. Ich bin ein Vieles. Ich habe mich hier drin. Ich bin ein herzlicher. und weil meine Zukunft hier beginnen kann. Und dann ist auch mal wieder Ruhe. Ich mag das entspannte Lebensgefühl hier und die Gemütlichkeit. Aber genauso die Lebendigkeit, das ist einfach eine interessante Mischung. Und immer wieder eröffnet das einem neue Perspektiven. Wenn das Licht schwindet. Und alles zu leuchten anfängt. Dann beginnt für mich die Stadt. Dann entfaltet sich alles, wonach ich gesucht habe. Dann beginnt für mich die Stadt. Dann beginnt für mich die Stadt. Dann beginnt für mich die Stadt. Dann beginnt für mich die Stadt.